Guten Morgen Leute, ich bin's. Schönen Sonntag wünsche ich euch. Ich esse ein leckeres Brötchen. Gleich mache ich mir noch... Ich zeige das jetzt mal nicht so groß in die Kamera. Ich will hier keine Werbung machen. Aber trotzdem, mache ich mir ein Schuggi-Brot. Mr. Ikea ist gestorben, in 1991. Ingwer Kampfrath, oder wie er heißt. Mit 17 Jahren, muss man sich mal reinziehen, ich fühle mich einfach noch wie 17, ich sehe ja so schön aus, hier ein Grübchen, gründete er Ikea und wurde einer der reichsten Menschen der Welt. Muss man mal gucken, mit Möbeln, die auseinanderbrechen zu Hause, wenn du sie aufbaust, wirst du einer der reichsten Menschen der Welt. Das muss ich auch mal versuchen. Kriegst du Möbel von Ikea, dann setzt du dich rauf und dann brechen die auseinander. Ich habe mal natürlich auch einen billigen Sessel für ins Tonstudio geschossen. Hat jetzt zwar schon Risse, aber hat lange gehalten, 35 Euro. Also, in diesem Sinne trotzdem, ich denke mal, es ist Schwede, für den Schweden, für den alten Schweden, der gestorben ist, man hält sich das Beileid.